Hallo ihr Lieben, ich bin Fulia von DayDesign und herzlich Willkommen bei 7 Lügen und eine Wahrheit. Ich hoffe ihr kommt mir auf die Schliche. Los geht's! Ich wäre gerne hellhäutig und hätte gerne blaue Augen. Ich kann super geil surfen. Ich bin eine Schiedsrichterin und habe schon mehrere Spiele gefiffen. Ich habe mehrere Kurse in Glasbläserei gemacht. Ich habe mal Haare von mir für Geld verkauft. Ich habe einen Gabelstaplerführerschein. Ich bin Türkischlehrerin in einer türkischen Grundschule. Ich bin mal aus dem zweiten Stock gefallen. Ja, das waren meine sieben Lügen und eine Wahrheit. Ich hoffe ihr findet das heraus und postet ordentlich unten in die Kommentarleiste und wer weiß, vielleicht gebe ich dann irgendwann mal die Auflösung bekannt. Bis zum nächsten Mal ihr Lieben. Tschüss!